Willkommen zurück zu Warhammer Bermintal 2 mit dem guten Simon. Gut ist relativ, aber... Aber... Ich bin auch wieder dabei, genau. Genau, wir spielen heute wieder das ohne Hut-Event. Und starten wir direkt. Wahrscheinlich kriegen wir ja nicht alter Fluch jetzt. Sag dich doch. Hast du eigentlich gut ausgeschlafen? Ja. Ja, ich auch. Von 3 bis um 12. Kann ich jetzt nicht behaupten. Okay. Weder das eine, noch das andere. Warum kurz nach 6 stand das erste Mal? Ach ja. Das erste Mal? Hast du dich dann nochmal hingelegt? Nee, ich bin einfach nicht aufgestanden, sondern hab die irgendwie dazu gemacht. Ach so. Weißt du, sagst, dass er eine Bombe ist, aber nimmst du nicht mit. Ich hab doch gar nichts gesagt. Doch, dein Charakter hat gesagt, weil du standst direkt vor der Bombe. Da ist ein Heiltrank. Ja, ja. Ich nehme sowieso wieder den Full-Event mit. Und so toll mit dem neuen Victor. Wieder den Victor hier mitzunehmen. Der ist nicht so... ...besonders. Sinnlos. Ja, genau. Der läuft nicht ganz halt mit F gedrückt rum. Und versucht, Leute mit seinem Super zu töten, ohne dass er abfeuert. So, ich wollte ihn grad markieren. Geht ja nicht. Wie hochrate kannst du denn markieren? Die hat mich. Oh, hier ist ein Drang für mich. Hast du schon hier oben das Medi-Kit und so mitgenommen? Ich hab Heilung. Ach so. Ich guck mal, ob es überhaupt hier was gibt zum Mitnehmen. Nö, gibt's nichts. Immer Hi schreiben. Wir sind ja höflich. So. Ich geh mal den langen Weg rechts lang kurz. Um zu gucken. Vielleicht gibt's hier nochmal Kunst und so. Eine Bombe gibt's hier. Ach, das ist wieder der aufgedrehte Zwerg. Der aufgedrehte Zwerg. Der übermotivierte. Weißt du, ich hab grad einen Schlag geblockt. Wenn ich, ähm, Mitspieler wär und nicht post, hätte ich den wahrscheinlich nicht mehr blocken können. Allein durch so einen kleinen Ping. Hier ist ein Drang für dich. Ich hab den mal kurz am Bildschirmrand gesehen. Hier ist ein Speed-Drang. Ich hab schon. Oh, okay. Wir haben wieder nen Sender bekommen. Ich hätt's fast geschafft. Nächstes Mal. Und du hast mich getroffen. Aber das lass ich mal durchgehen. Bisschen Verlust ist immer. Ach, den Drang meinst du? Hm, genau. Und den hab ich hier irgendwie am Bildschirmrand mal so gesehen. Ja. Ich begrüß auch nochmal Sienna. Gut, ich hol's, Sienna. Ja. So, du bist schon hier... Ah, hier oben. Perfekt. Ich steh neben dir. Quasi. Mhm. Lass uns mal ein Thumbnail dann... Oh, hier ist noch ein Speed-Drang. Lass uns mal ein Thumbnail, wenn wir oben sind, machen. Also, ganz oben. So. Das ist gegen ne Leiche geflogen, glaub ich. Also, ins Geschoss. Ja, in mich. Dankeschön. Ich lass dir mal die Chaos Warrior da. Ist ja nur einer. Habt ihr schon gestartet? Nee. Da hinten wäre ein... Fang. Soll ich? Ja, ja, kannst machen. Ich will nur den Live-Leach bekommen. Der sollte aber irgendwo unten bei dir gleich spawnen. Ich weiß, ich wusste schon, dass er zu dir will. Der stand direkt vor mir. Okay, die beiden, denen geht's auch gut. Ich glaub, da ist noch einer. Ja, irgendwo ist noch was. Ich denk auch, dass es zwei waren. Da oben ist der, genau. Da oben links auf der Mauer. Ja. Da ist ne Redling. Und da kommt ein Plague Monk. Und hier ist bei mir der Zweite. Ja, den kriegst du. Oh, shit. Oh, shit. Hopp. Danke. Kurz noch die Brots ein bisschen beärgert. Ja, wir können eigentlich schon gehen. Klick, 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 klick. Jetzt werden wir nochmal getroffen von irgendjemandem. Ah, das ist gut. Ah, ein Pau zu viel. Die werden nochmal Heilung. Laufen die bei dir normal? Bei mir werden die, ja, eigentlich schon. Wo ist denn das, ja, da ist der Zwerg. Oh, war das gemein, was Kyrillian gerade gesagt hat. Der Baden ist gerade down gegangen und Kyrillian so, oh, du kannst doch noch Kiefer an den Boden, Zwerg. Ich weiß nicht, wo der Hochgratte ist. Okay, der Zwerg hat den. Warte, der Zwerg war down gerade. Ja, genau. Weißt du, ob der schon Heilung hatte? Hä? Geht gerade nicht. Ich wünschte, er hat ja immer einen Speedbank drin. Bei mir hinten ist ein Assassiner irgendwo. Ja, und Ziena habe ich wiederbelebt. Ich habe aber wohl die Hand und nicht. Das. Hier. Links ist oben, der. Hier ist nochmal Heilung. Wo bist du? Ach, da. Okay, gut. Ich habe Heilung. Genau, ich hole ein schnelles Grimoire. Ich finde, das hat gerade was, dass es so ein bisschen Licht durchscheint. Das hat gerade was im No-Hut-Event. Ja, ja, genau. So. Genau, ich gehe dann hier kurz runter. Ja, ich bin gerade nicht da bei der Patrouille. Ich habe zum ersten Mal gerade die Abkürzung genommen. Die wir sonst nie nehmen. Hier unten. Hier ist Kunst. Zeig mal gleich, wo das ist, die Kunst. Ich bleib hier stehen. An einem Fenster, oder? Der kommt bei diesem Loch. Genau da, wo ich jetzt stehe. Ah, ja, es ist. Ich habe Ziena nochmal wiederbelebt. Da hinten ist eine Patrouille. Die können wir auch in Ruhe lassen. So, im Update jetzt wird es auch angezeigt, wie viel Kunst wir schon gesammelt haben auf den Maps. Mittlerweile müsstest du auch schon durch sein, eigentlich. Ja, wir sollten hier raus. Hier ist ein Bank für dich. Noch keiner? Ich habe meinen alten nicht mehr getrunken, aber dann kann ich den einen ja jetzt trinken. Ja, kannst du es kurz vielleicht warten, bis die Patrouille kommt. Oh, die Redling trippt keinen. Da hinten kommt die Patrouille, ja? Wenn du willst. Habe ich ein Problem. Vorne. Ich schlage mich zum Globadier vor. Jetzt ist jemand gestorben. Ja, Sienna. Sienna? Sienna auch. Okay, Patrouille können wir gewusst ignorieren. Finde ich sehr gut. Da liegt auch Heilung rum. Ja, ich weiß. Genau. Kannst du den Speeddrunk trinken, Brandbombe nehmen. Deinen Wiedertrag nehmen. Ich dachte gerade ganz kurz, dass da wären Münzen gewesen. Aber dem ist ja nicht so. Heilung hast du? Ja, Heilung habe ich. Weil hier oben ist der Foliant. Da kannst du trinken. Guck mal. Keiner meckert. Das heißt, du warst Low Health. Ja, aber wir meckern die eh weniger. Hast du eigentlich die... Ist ja nicht jeder so arrogant wie du. Was? Hier ist wieder ein Speeddrunk. Ich hole mal direkt Sienna. Und den Zwerg. Schade. So, gerade irgendwo rechts von mir. Ja, der ist weg schon. Irgendwo ist noch das Assassin jetzt gleich. Da. Kommt er von hinten. Jawoll. Ey, der kann einfach durch den Wagen schießen. Ich muss kurz warten, bis das Gas weg ist. Wobei ich kann sagen. Ach stimmt, die Panone ist ja schon abgefeuert worden. Hier ist nochmal Heilung. Mhm. Bei mir. Ja. Aua. Okay. Ich hab gehofft, ich hab dich nicht gebrochen. Und plötzlich wird's blau. Ich dachte mir so, hä? Ich hab mich um die gekümmert. Aua, hier ist Gas. Fängt. Ich hör mal einen Puls. Ich brauch was zu trinken. Ich hab grad irgendwie so einen Schlag von der Seite gekommen. Liegt die Heilung noch hier vorne? Wahrscheinlich nicht. Unter der Treppe liegt manchmal. Nee, diesmal war nicht. Ja, kommt man vorne irgendwo, das Monster. Ja. Vielleicht hattest du... Zurück. Komm her, du komisches Viech. Wo ist es denn? Ich weiß gar nicht. Der ist hochgekriebelt. Ah, das ist tot. Oder war das ein Sackgratte? Verdammt, jetzt brauch ich auch leben. Der ist so tief grau, ey. Ja. Oh, ich hatt'n. Das ist ein Gegner. Oh, ich bleib kurz beim Zwerg. Nach der Runde holen wir das dann. Okay, ich hab'n richtig coolen Spot. Die können mich nicht kriegen. Jetzt schau' ich doch grad Schaden. Pass doch auf, dass du nicht runterfällst. Hm. Noch grad'ne Vase zerstört. Aua. Hinter Sienna. Sienna ist down. Ja. Er schießt drauf. Wo ist der Zwerg? Ach, da ab hier. Gut, dann komm ich auch runter. So, ich hab' immer noch ne Bombe. Ja, oh ne Bombe. Ich bin suchkrass am Limit. Vorne gibt's Heilung. Einfach nicht zu schnell vorrennen. Da gibt's manchmal Heilung. Ja, Sienna hat's genommen. Alles gut. Es gibt ja dann an der Treppe vorne meistens noch. Ja, ich glaub' drei, vier Stück. Genau, und der Zwerg wird sich das Dings, das Tum, ich komm' mal kurz mit. So. Wollen wir hier kurz? Okay, wir warten am besten noch kurz. Sienna und ich sind schon ein bisschen weiter vorne. Genau. Alter, na? Gibt's noch einen, oh? Ja, müsste. Also ich hab' noch was liegen lassen. Ich hab' nur einen Dings genommen. Ich hab' mich mal geheilt, weil ich weiß echt nicht, wieviel ich abbekommen hatte. Kommst du kurz? Achso, wegen dem. Müsst' uns aber andersrum hinstellen, so. Ach gut, ja. So, warte, ich guck' noch ein bisschen nach da. Eins. Guckst du noch mal nach hinten? Jetzt. Zwei. Mann, jetzt hat jemand geschrieben. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, gut. Ich hab' ein G vergessen. Ja, ja, ich hab' Doppel-V-Event vorhin geschrieben, also. How do you know, was? Achso. Irgendwas, der Zwerg? Irgendwo vorne. Da kriegen sie über. Ah, ab jetzt. Egenüber. Ja, der Zwerg wird gern hier oben bleiben. Wollen wir das dem... Mir ist das wurscht. Ich bin bei Sienna. Ich glaube nicht, ob ich bleib' beim Zwerg. Ich bleib' beim Zwerg. Ist ja lustig. Hier war ich ja noch nie gewesen. Du bleibst bei Sienna. Ja. Seid ihr da hingekommen? Einfach hier rüberspringen, so wie Sienna grad. Ha, toll. Oh Gott, ich hoffe, du überlebst es kurz. Nee, niemals. Und, hast du überlebt? Ach du Scheiß, ich hab' grad irgendwie drei oder... Ja. Ich hab' ganz viele Stehgrad auf einmal bekommen. Ähm, Helfer? Nee, ich bin tot. Great idea. Toll, der Zwerg ist der einziger, der noch übrig ist. Ja, ja. Wären wir doch hinten geblieben. Aber das ist nicht schlimm, weil wir spawnen alle hinten, wenn der Zwerg so lange überlebt. Ah, ich bin auch schon da. Mhm, alle sind da. Ja, der sieht mich nicht. Dankeschön. So, jetzt müssen wir die Foliaten wieder einsammeln. Wir können auch kurz hier warten, bevor wir wieder einsammeln. Ah, es war voll krass, wo ich grad oben war. Und einfach nur ein Stück gelaufen bin. Und ich so bam, 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 tot. Weißt du, die Gegner wissen schon, ein Hit reicht nicht aus. Wir greifen alle zusammen an. Hier sind nochmal Bandagen. Ich hol mal meinen Folianten. Ich komm mit. Na, hier ist sogar noch einer. Ja, meiner. Ja, der Spot ist nicht so toll, weil die halt von allen Seiten kommen. Wettel. Ich wollte grad beide. Ich bin wieder unten, weil... Ja, du siehst ja, was da oben abgeht. Egal, Zeit, um was zu trinken. Ah, du bist wieder? Ja. Ich hab nichts mehr. Das ist Jenna auch, oder? Ja. Ich wollte sagen, ähm, nein. Ich bin nicht Bad Bolier. Wenn mir sah das grad so aus, als ob ich dich weggeschüttet hätte. Geschüttet vor allem. geschützt was ja ich geh ja gerade so vorbei so ah da kann ich ja noch mal wieder jemanden ich bewege mich jetzt zum hammer der ist jetzt sowieso fertig so wir haben alle folianten die einer gibt es noch ja der liegt vorne oben oben und jetzt gehe ich noch drauf das wäre wenn du in den kreis springst du alles gut ich glaube ich habe über 500 jahren bekommen locker neun mal wiederbelebt ist mir gar nicht aufgefallen dass das so oft war ich habe das monster alleine besiegt ich glaube es ist irgendwie so weggeglitscht und gestorben ja das ist hochgeklettert und dann wahrscheinlich runtergefallen oder so keine ahnung ja du hast ja nur 800 schaden gemacht die halten irgendwie 2000 aus auf legende oder so egal passiert und dann genau ich wünsche euch allen noch einen schönen tag und wir sehen uns in der nächsten folge wieder yells okay exame exame